Yo Leute und damit willkommen zurück zu Super Mario 64 im Schneelevel, den wir itümlicherweise als Kurs 3 gespielt haben, obwohl er Kurs 4 ist. Also müssen wir nachher nochmal Kurs 3 spielen. Ja, keine Ahnung, ob die Münzen immer grundsätzlich alle gleich verteilt sind oder es in jedem Stern immer alle Münzen gibt. Wie gesagt, ich nehme immer einen der späteren Level auf jeden Fall. Das schien mir bisher immer sinnvoll zu sein, weil dann sowas wie Kanonen und so schon aktiviert ist. Ja, und ich würde sagen, wir holen die 100 Münzen, habe ich es gesagt, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Aber wir haben alle 6 Sterne, alle 6 regulären fertig und jetzt fehlen noch 100 Münzen. Und dafür begeben wir uns zuerst mal auf die Eisrutsche und nehmen mal, wenn es geht, alle Münzen schon mal auf den Weg dahin mit. Ja gut, du bist mir gerade ziemlich egal. Rutsch mal vor. Ich will hier mal ein bisschen langsamer runterrutschen. Ah ja, nur die blaue Münze, die wäre natürlich wünschenswert. Okay, dafür haben wir zwei gelbe ausgelassen. Die einzelnen gelben hier sind mir jetzt auch nicht so wichtig. Sowas dann schon eher. Boah. Boah, ich werde hier bestimmt nochmal irgendwo runterfallen. Scheiße, die habe ich verkackt. Dafür läuft der Rest ganz okay. So, haben wir schon 54 Münzen. Komm, Pinguin, gib mal Gas. Ich will mich hier ein bisschen mehr auf die Münzen konzentrieren. So, 61 Münzen. Und hier kommen auch noch welche. So, 76 auf der Rutschbahn gekriegt. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Und so ein paar draußen halt. Fehlen noch 25. Das sollte doch irgendwie auch hier außerhalb machbar sein. Da sind schon wieder zwei. Ja, und jetzt gibt es ja noch die äußere Rutschbahn. Da sind auch noch ein paar Münzstrahlen drauf, oder? War hier nicht auch noch? Ist das auch ein Beam, wenn man hier stehen bleibt? Oder bilde ich mich das ein? Verwechsel ich das mit dem... ...auf der Holzbrücke da in der Höhle? Ne, ich glaube, es war tatsächlich nur... Oh, der in der Holzbrücke. So, und dann gehen wir mal wieder hoch. Und dann rutschen wir mal diese Passage darunter. Wobei es übel wäre, wenn da der Stern erscheinen würde. Und der dann einfach irgendwo mitten auf der Rutsche hängt. So, was brauchen wir denn noch? 18. Nein. Ernsthaft. Kommen wir hier wenigstens drüber? Nein. Auch das nicht. Toll, Mario. Ah. Nein. Boah. Ich hätte jetzt fast gesagt, so ein kleiner Pisser, aber... Was soll ich dazu sagen? Machen wir es halt nochmal. Wir waren schon relativ weit. So, ich glaube, als ich das erste Mal fertig war, waren wir so bei 66... 76 Münzen oder so mit der Rutschbahn. Ich hoffe, ich kann das nochmal wiederholen. Wenn nicht, ist auch nicht ganz so schlimm. Es scheinen mir mehr als genug Münzen hier zu sein. So, jetzt rutscht aber mal bitte ein bisschen weiter vor, bevor ich hinterherkomme. Autsch. Autsch. Dankeschön. So. Boah, diesmal haben wir hier sogar alle gekriegt. Und die Innenkurvenmünze auch noch. Ja, nice. Das läuft sehr gut. Boah, hier auch noch mal alle gekriegt. Das läuft besser als beim letzten Mal. Zumindest bis jetzt. Wenn ich hier nicht noch irgendwo dumm runterkrache. So, damit haben wir eigentlich die schwierigste Stelle überstanden, würde ich sagen. Die schwierigsten Kurven. Wow. Aber man soll sich auch nicht zu früh freuen. So, hier kommt nochmal eine ganze Rutsche Münzen jetzt. Nochmal drei Reihen hintereinander. Boah, noch besser als vorhin. 83. Ja, nice. Ja, wenn ich nicht wieder dumm irgendwo runterfalle, sollte der 100 Münzen ja diesmal gar nichts im Wege stehen. Ja, so. Na, hier muss ich noch da hinten die rote holen. Die auf dem Weg zum Beamer. Dann sind wir schon bei 89. Gut. Jo, und ja, äh, dann probieren wir es nochmal. Ey, ohne Witz, Mario, wenn du jetzt wieder hier runter donnerst, dann muss ich leider ausrasten. 99. Ich glaube, jetzt wäre es ganz cool, wenn ich einfach mal rechts rüber springe. Da ist noch so eine Fünfermünze, die lasse ich mal liegen. Ich habe keinen Bock, das hier mitten auf der Bahn machen zu müssen, den Stern einzufangen. Deswegen machen wir es lieber hier. Zack. Da ist der Stern auch schon. Man kriegt hier nämlich nicht. Wenn man dann drunter wegrutscht, muss man halt die ganze Bahn nochmal rutschen und in den richtigen Moment bekommen. Deswegen, hier war es deutlich angenehmer. Geh speichert. Damit ist dieser Kurs auch vollständig, würde ich sagen. Dann können wir uns jetzt dem dritten Level widmen. Man sieht es ja auch. Eins, eins, zwei, vier. Den dritten Level haben wir ausgelassen. Achso, der wäre hier gewesen. Mit einer Einsterntür. Ach, Quatsch. Das ist der zweite Level. Oh. Der wäre hier gewesen mit einer Drei-Sterntür. Hat der Winter-Level nicht auch eine Drei-Sterntür gehabt? Und hier oben war das Prinzessinnen-Gemach, ne? Genau. Ja, gut. Dann widmen wir uns jetzt noch dem Wasser-Level hier. War hier nicht auch noch was? Ja. Und hier steht auch noch ein Toad rum. Ich glaube, irgendein Toad verpasst einem auch einen Stern, oder alle? Wenn er mit mir reden würde. Wenn der Mario sich ein bisschen besser kontrollieren ließe. Am Beginn jeder Welt erhältst du einen Hinweis, wo dein nächstes Stern zu finden ist. Ja, danke für den Hinweis. Du kannst ihn mit die Wege-Reihenfolge sammeln, aber einige erscheinen nur unter bestimmten Bedingungen. Nachdem du ein paar Sterne gefunden hast, kannst du dich in anderen Welten umsehen. Ja, danke für die Info. So, hier oben ist auch noch ein Loch. Ja. Ach, hier war glaube ich nur so eine Nummer mit. Hol dir die roten Münzen, die hier irgendwo rumschwimmen. War jetzt glaube ich auch nicht weiter schwierig, oder? Schauen wir mal. Ich weiß auch gar nicht, wie das sind. Acht wahrscheinlich vier hier oben. Vier nochmal auf dem Boden oder so. Oder an der Decke. Vielleicht auch nur sechs. Vielleicht ist auch nur noch einer an jeder Ebene quasi. Ne, scheint aber nicht der Fall zu sein. Ne, scheint aber nicht der Fall zu sein. So. Ich habe fast den Eindruck, man ist schneller. Wenn man nicht die ganze Zeit B durchsmasht, sondern es mal ein bisschen rhythmisch langsamer drückt. Aber ich weiß es nicht. Okay, das war easy. Die größte Herausforderung war glaube ich, diesen Eingang zu finden. Ja, aber irgendwie ändert man sich ja doch noch an alles. Zumindest an vieles. Ein geheimer Stern des Schlosses speichern und weiter. Da haben wir schon 26 von 120. Da oben ist auch noch ein Eingang. Ist das der gleiche? Bevor du weiter gehst, solltest du nach den versteckten Schaltern suchen. Hast du sie gefunden, kannst du in allen bunten Blöcken besondere Mützen finden. In roten findest du Federkappen, in grünen Titanen Kappen und in blauen Tarnen Kappen. Allerdings musst du bereits einige Sterne besitzen, um die Schalterpaläste finden zu können. Genau, war das hier auch noch einer? Nein, hier war noch ein extra Leben drin. Ja, wo die Schalterpaläste sind, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, einer war irgendwie noch draußen. Ich glaube, im Fluss konnte man irgendwie das Wasser ablassen oder so. Kann das sein? Tauche in das Schiffswrack. Achtung, Achtung, bevor du dich in die Fluten stürzt, solltest du dir Folgendes merken. Bleibst du zu lange unter Wasser, könnte dir die Luft ausgehen, achte auf die Sauerstoffanzeige. Schwimme zur Oberfläche oder sammle Münzen und Luftblasen. Um wieder Sauerstoff zu tanken, drück den Wegknopf, um zu schwimmen. Halte ihn gedrückt, um mit den Füßen zu paddeln. Bewege beim Schwimmen den L-Stick nach oben, um zu tauchen und nach unten, um zu steigen. Wir springen aus dem Wasser, den du den L-Stick abwärts bewegst und springst. Dafür musst du dich in der Wasseroberfläche, an der Wasseroberfläche oder nahe am Ufer befinden. Achte dir doch darauf, dass du den L-Stick während des Sprungs loslässt. Ja, whatever. Münzen. Ja, und die Titanenkappe. Damit könnte man unter Wasser laufen. Aber wir haben ja erstmal den simplen Auftrag. Guck mal, man sieht schon, drei rote Münzen sieht man hier frei rumschwimmen. Wir können schon mal gucken. Das wäre die vierte. Vier hier direkt am Start. Egal, wir müssen sie jetzt eh nicht kriegen. Schauen wir mal direkt gucken, ob hier in der Muschel auch noch was drin ist, in der zweiten. Ein Panzer, mit dem lässt es sich recht komfortabel schwimmen. Ja, und hier ist noch eine rote Münze drin. So. Direkt einmal Sauerstoff getankt. Tauch ins Schiffswrack. Wie war das nochmal? Komm, mach mal auf hier. Noch eine. Ich glaube, es sind auch noch drei rote Münzen, haben wir schon gesehen in der Ferne. Und drei sind hier in Muscheln drin. Ach ja, dieser Aal, ne? Ich glaube, man musste den Aal hier rauslocken. Hm. Oder? War hier irgendwas, irgendwelche Fenster, die offen waren. Meine Sauerstoffanzeige, Leute. Scheiße. Boah, so gerade noch geschafft. Ich bin mir ja jetzt irgendwie sicher, dass es der Aal war, oder? Ach, jetzt ist er. Schwimmt da draußen? Hä? Gar nicht mitbekommen, dass er raus ist. Okay. Ja, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit und schwimmen mal da rein, würde ich sagen. Oha. Oha. Boah, ernsthaft? Gibt's hier unten mal irgendwo Sauerstoff oder so? Da oben. Komm, Mario, mach hinne. Okay, was ist hier unter diesem Ding? Naja. So. Ich glaube, vorne links. Und Mitte. Hab ich. Okay, das ging auch nicht. Dann probieren wir die Kiste hier nochmal. Ah, okay, die geht auf. Nummer 1. Ach so, man muss sie in der richtigen Reihenfolge aufmachen. Na gut, dann probieren wir mal die rechte. Nein. Ist die jetzt wieder zu? Macht so den Eindruck, oder? Ja, ich meine, auch auf diesem Geisterfriedhof oben wäre auch so eine ähnliche Nummer gewesen. Oder ist sie gar nicht zu? Wir müssen mal wieder Sauerstoff tanken gehen. Ach so, ich glaube, wenn wir alle Kisten in der richtigen Reihenfolge aufgemacht haben, dann sinkt das Wasser hier. Und dann können wir diesen Block da betätigen. Und da wird der Stern drin sein. Aber sowas von. Bin mir so sicher. Sag mal. Komm Mario, warum schwimmst du vorbei? Jo. Warum ist hier eigentlich so eine doofe Kante vor dieser Kiste? So, Nummer 1. Haben wir. Okay, direkt die linke war es nicht. Äh, die rechte. Dann nehmen wir jetzt mal die linke. Jawoll. Ah, gib mir die Blase. Danke. Und jetzt die hier. Nein. Okay, aber wenn hier jetzt jedes Mal eine neue Blase rauskommt, wenn man das weiß, dann hat man eigentlich keinen Stress. Seitdem der Mario schwimmt wieder scheiße. So. Lassen wir die Blase mal Blase sein. Nehmen wir direkt die hier. Jo, und jetzt bleibt ja quasi... Warum bin ich jetzt auf die Mario-Sicht geswitcht? Jetzt bleibt ja nur noch die hier übrig. Düdlüm, 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 düdlüm. Und das Wasser kommt runter. Ja, nice. Vielleicht kommen wir direkt an Höhe gewinnen hier. Da müssen wir nicht ganz so hoch hier raufkraxeln. Ach, Mann, diese Kamera, ey. Ich kann auch nicht den Finger... Oh, nein, nein. Ich kann auch nicht den Finger vom rechten Stick lassen, ne? Weil man es mittlerweile aus modernen Spielen so gewöhnt ist, dass man die Kamera einfach komplett frei bewegen kann. Um eine bessere Übersicht zu gelangen. Konnte man nicht auf diesen Querbalken da auch mal stehen? Oder bilde ich mir das ein? Mario, bitte nicht. Ja, gut. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier oben sind. Boah. Muss nicht immer zu weit springen, Junge. Ich könnte schwören, man kann auf dem Balken stehen. Ja, kann man auch. Aber der... Die Stehfläche ist halt begrenzt. So, aber jetzt haben wir es, glaube ich. Zack. Und da war den ersten Stern in der Wasserwelt. Sehr nice. Neben dem Secret-Stern natürlich. Tauche in das Schiffswrack. Acht Sterne haben wir bekommen. Super. Locke den Al-Kanua raus. Haben wir das nicht gerade schon gemacht, aber... Könnte jetzt sein, dass ein solcher Felswand da drin hockt. Komm, gib mich mal den Koopa-Panzer. Wow. Boah. Gib mir doch einfach diesen Panzer. Wie nimmt man den, verdammte Axt? Naja, wie auch immer. Irgendwie. So, schwimmt sich deutlich angenehmer. Och, der hält nur eine begrenzte Zeit. Fuck. Ich muss mal kurz rauf. Wasserwelten mag niemand, oder? Immer der gleiche Terz hier mit Luft und keine Ahnung was. So, mein Freund, dann locken wir dich mal wieder hier raus. Was? Wow. Er... Ich war noch nicht mal annähernd in der Nähe. Und er macht hier schon Zinnober. Ja, sich jetzt mal umgucken zu können. Jo. Da ist ein Stern. Oh, das ging schneller als erwartet. Ihm den abzujagen. Das hatte ich auch irgendwie schwieriger und komplizierter in Erinnerung. Na, Gott sei Dank. Haben wir es auch schon geschafft. Locke den Alcano heraus. Ja, nice. Mit nur zwei Münzen. Unsere Münzrekorde werden immer besser. Tauche zur Schatzhöhle. Ja, machen wir das. Yahoo! Komm, gib uns trotzdem mal kurz den Panzer. Auch wenn der leider nur eine sehr begrenzte Zeit anhält und ich sie noch nicht mal gescheit nutzen kann, weil ich mich hier an irgendwelchen Säulen verfange. Boah, der ist echt nur super kurz. Ich fürchte sogar diesen Stern da unten. Den kriege ich nur mit dem grünen Schalterpalast. Man sieht ja auch, dass überall die grünen transparenten Boxen rumhängen. Da wird man nämlich zu Metall Mario und kann auf dem Wassergrund laufen. Und ich glaube, damit komme ich auch gegen den Strudel an, wenn ich mich richtig erinnere. Dies ist die erste und letzte Warnung. Das Betreten dieser Höhle ist verboten. Wer sich hier ohne mal Erlaubnis Zutritt verschafft, handelt sich eine Menge Ärger ein. Na dann. Oh no! So, jetzt werden wir mal einen neuen Münzrekord aufstellen. So, jede Menge umfallende Säulen. Waren hier auch ein paar Münzen oder so? Ah ne, hier war noch so ein grüner Schalter auf jeden Fall hinter. Hier lagen noch mal ein paar rum. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Alle in der Höhle hier unten kriegt man, glaube ich, schon knapp 50 Münzen. So, hier ist bestimmt wieder die gleiche Logik am Start. Ahoi Landratte, es ist doch wohl logisch, dass sich hier unten ein sagenhafter Schatz befindet. Zur Bergung musst du die Kisten in der richtigen Reihenfolge öffnen. Klar, aber ich sage nicht, wie sie lautet. Muaha. Mal gucken, ob sie ähnlich ist wie vorhin genau. Erst mal hinten. Nein, nicht vorne. Hinten. Auch nicht rechts. Hinten. Links. Rechts. Vorne. Yay! Und ich vermute, das ist der Stern, den wir holen sollten. Tauche zur Schatzhöhle. Haben wir erledigt. Ja! Oh! Piratenbuchtpanik. Finden die acht roten Münzen? Ja, okay. Von denen haben wir eigentlich schon einige gesehen. Ach, da ist auch der Bob-Ompf. Der könnte in der Tat noch behilflich sein. Okay. Da hinten hängen nochmal drei. Das wären vier. Drei sind unten in den Muscheln. Sind sieben. Da sehen wir auch noch einen Stern. nur die achte, da bin ich mir noch nicht so im Klaren drüber. Ja, mach ruhig mal. Naja, ich wusste doch, die war irgendwo hier ganz vorne. Und die brauchen wir, glaube ich, auch, um an diesen einen Stern da zu kommen. Und nochmal eine Münzspur. Ja, ich glaube, auch die 100 Münzen zu kriegen wird ja nicht das Problem werden. Hier sind auch nochmal einige. Oh, hier sind sehr viele einige. Wow. No Mario! Warum? Wo war denn hier noch die rote Münze? War hier noch eine auf den Spitzen irgendwo? Oh, ne, ich glaube nicht, ne? Naja. War hier oben eine drin? Ja. Dann nehmen wir die schon mal auf der obersten Etage mit. Vielleicht war das sogar schon die, die ich noch nicht gesehen habe bis jetzt. Ich weiß es gar nicht so genau. Vielleicht in vier... Ah, ne, falsche Richtung. In vier Muscheln rote Münzen drin. Müssen wir nachher mal gucken. Wir gucken jetzt erstmal auf dieses Schiff und gehen uns da die Münzen holen. So, so, so. Oh, Schiff. So. Lässt sich mit dieser Kiste irgendwas anfangen? Oh, ne, man darf sie noch nicht berühren offensichtlich. Weiß gar nicht, ob ich da rein will. Ich glaube nicht. Och, Mario. Duck dich doch einfach mal. Geht das? Und what the fuck macht die Kamera hier? Okay, vielleicht muss ich ein bisschen weiter nach vorne stehen. Sag mal. Ich wollte gerade sagen, irgendwie muss man doch hier raufkommen. So, zack. Zack. Jetzt müssen wir mal ein paar Muscheln öffnen gehen. Und vielleicht nochmal von irgendwo einen Aussichtspunkt kriegen. War vielleicht... Achso, eine lag da unten einfach so rum? Oder ist die in der Muschel und die Muschel ist noch nicht gereinert? Ich glaube, das ist eine aus der Muschel. Vielleicht nochmal kurz auf die Stange hier gehen und einmal nochmal gucken, ob hier jetzt noch irgendwo eine rote Münze rumhängt. Oh. Aber die Kamera macht mal wieder, was sie will. Ne? Ich glaube... Hier haben wir jetzt erstmal keine gesehen. So, rechts war der Panzer. Entschuldigung, Mario. Ah ne, das war glaube ich auch schon eine, die wir entdeckt hatten hier oben. Ah ne, doch nicht. Okay. Ach, und da ist noch eine. Tatsächlich sind vier Münzen allein in roten Muscheln drin. Unglaublich. So, haben wir schon irgendwo den transparenten Stern gesehen gehabt? Okay, oben auf dem Schiff. Na toll, da kommen wir ja quasi gerade erst her. Und dann gehen wir nochmal zurück. Und ich glaube, wieder an der Stelle, wo man so beschissen raufkommt. Natürlich. Wo auch sonst. Genau, mit dem Dreisprung ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Zack. Und da haben wir auch schon den Stern. Here we go. Du hast 30 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Aber warte noch einen Moment. Hast du die beiden Säulen in den Boden gestampft? Die beiden Säulen? Und du hast doch wohl nicht deine Mütze verloren, oder? Wenn ja, musst du den Riesengeil mit einer Stampfattacke besiegen. Ach ja, Bowser hält sich jetzt im Untergrund auf. Zwei Säulen in den Boden stampfen. Ich fliege zu den Steinsäulen. Aber also nicht die Säulen mit gemeint, ne? Ah, ich glaube, man musste sich hier an so eine Säule ranschießen. Okay, ich glaube, wir waren nicht hoch genug. Aber gut zu wissen, dass hier um diese Säule auch nochmal so ein Münzkranz drum ist. Boah, wie hier alles aufploppt in der Distanz. Das ist so bitter. Und es war halt wirklich State of the Art damals. Und allen ist die Kinnlade runtergeklappt bei der Grafik. Und das ist, wie gesagt, auch noch in niedriger Auflösung. Na gut, gut zu wissen, wie man auch so aufs Boot kommt. Genau, diesen Stern, da sollen wir uns, glaube ich, holen. Aber dafür müsste es mir halt mal gelungen, äh, gelingen, mich an so eine Säule hier dran zu schießen. Können wir das mal merken, ne? Knapp 50 gab es unten in der Höhle, knapp 50 Münzen, vielleicht so 45 oder so. Und dann muss ich hier halt entsprechend mehr sammeln. Auf der Oberfläche. So, jetzt sind wir endlich mal dran. Die Kamera zittert hier rum. Ja, macht nix. Stern haben wir. Hier wir gooo! So. Und es kann sein, dass wir schon beim sechsten Stern sind. Ja, das können wir in der Tat noch nicht. Aber wir können schon mal die 100 Münzen holen. Überlege gerade, welche zwei Säulen nochmal gemeint waren, auf die man springen soll. Ich glaube, das ist irgendwas zum, womit man halt zum grünen Schalterpalast kommt. Und ich meine, es wäre irgendwo im Untergrund des Schlosses. Aber ich weiß es gerade echt nicht so genau. Aber ich denke... Naja, doch, irgendwas klingelt da. Aber ich denke, wenn ich dran vorbeikommen würde, würde ich es sehen. Solange müssen wir diesen Stern nochmal aufschieben. Juhu, den Panzer brauche ich jetzt gerade weniger. Nein! Okay. Es hat schon für die rote Münze gereicht. So, hier sind die drei Säulen. Ich wollte gerade sagen, hier war doch auch noch so ein Kranz aus Ringen. Oh, wir haben übrigens 31 Sterne. Das heißt, wir haben ein Viertel des Spiels hinter uns. Wobei es nicht heißt, dass ich auch unbedingt ein Viertel der Spielzeit hinter mir habe. Weil wie das bei Spielen halt so ist, nach hinten raus werden sie ja ein bisschen schwieriger. Aber es wird auf jeden Fall kein Ewigkeitsprojekt, wie es zum Beispiel Xenoblade 2 werden würde. Oder wie es ein Monster Hunter ist. Monster Hunter Generations Ultimate. 100 Parts auf meinem Kanal. Oh mein Gott. Habe ich gesagt 100 Parts? 100 Stunden, 200 Parts. So war es gemeint. Ja. Oh. So, dann nehmen wir die drei roten Münzen hier auch noch mit. Ja, dann können wir eigentlich schon runtertauchen, wa? Auf dem Weg nach unten sind hier auch noch mal gelbe Münzen. Unten ist auch noch eine Muschel, wo noch eine rote Münze drin war. Ja, und dann da unten kommen ein paar blaue Münzen und so. Hier wollen wir uns mal die Muschel da holen. Und irgendwo auf dem Weg zu der Höhle war auf jeden Fall noch so ein Münzring hier unter Wasser. Ja. Ach so. Wir haben tatsächlich schon alle acht roten Münzen eingesammelt. Auch nicht schlecht. Diesen Stern. Aber irgendwo war hier doch auch noch so ein Ring aus Münzen, oder? Ach, da ist er. Mal wieder eingeploppt. Oder wird so zehn Meter vor einem oder so tauchen solche Sachen auf. Das kann echt nicht wahr sein. Ah, geh weg! Was tust du hier, du Aal? Ich will gerade gar nichts von dir. So, 63 Münzen. Das sieht doch ganz gut aus. Wo kommt dieses Extra-Leben her? Wahrscheinlich aus diesem Münzring, oder? Ja. Jo. Dann holen wir uns mal die blauen Münzen. Und damit sind wir auch schon bei 93. 94. 95. Autsch. Toll. Diese Säule hat es mir jetzt vermasselt. So, 96. Jo, und das sollte doch dann irgendwie reichen hier, oder? Kurz vorm Exitus. Jo. Here we go! Hm? So, dann haben wir hier auch alles. Hm, bis auf diesen einen letzten Stern fertig, wofür wir erst den grünen Schalterpalast brauchen. So. Der Kellerschluss will hier hier nichts nützen. Genau. Dann müssen wir jetzt gleich mal in den Keller gehen. Aber vorher? Ah, jetzt sind die Geister da. Ah, jetzt sind die Geister da. So, Geister sind da. Mussten wir nur die Geister besiegen? Nice, Mario. Ah ne, hier war auch der Eingang. Zur Geisterwelt. Der eine Geist hatte gerade... Ich glaube, ich glaube, die Geisterwelt dabei. Aber ich glaube, so ist es einfacher, sie einfach von hinten ankommen zu lassen. Und dann mal drauf zu stampfen. War dieses Rätsel mit dem Kisten öffnen... Boah, das hat sich so ein Odyssey-exklusives Ding... Ich sehe nichts. Da wollte ich jetzt gar nicht rein. Kurs 5. Ne, machen wir erstmal nicht. Ach, scheiße. Jetzt komme ich ja hier wieder aus. Jetzt muss ich die ganzen Geister... Ah, ne. Ich hätte echt schwören können. Das wäre ja auch ein originales Rätsel gewesen. Aber Kurs 5 ist eh der nächste. Wenn wir machen müssen, dann hauen wir einmal eine Geister hier um... Dann gehen wir doch in Kurs 5 rein. Boah, Kurs 5 war irgendwie so ein bisschen verwirrend. Das weiß ich auch noch. Das sind eigentlich gar nicht so viele Geister, ne? Es sind auf jeder Seite drei und der Dicke. Ja, geil, dass sich die Kamera hier wieder so geil positioniert. Oder war hier irgendwas mit den Bäumen? Ah, ne, da drin waren auch noch Geister. Ich hätte echt schwören können, hier gäbe es auch noch irgendwas anderes. Aber es kann auch sein, dass es tatsächlich nur der Geister-Level-Eingang ist. Oh, Leute, wir sind eh schon, sehe ich gerade, weit über der Zeit. Das hatte ich gar nicht im Blick. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns das Geisterhaus hier beim nächsten Mal an. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Ich möchte noch einmal unbef boastig. Bitte bald. Bis bald. Säge dich sicher. Bis zum nächsten Mal.